Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Sagen wir mal, das hier ist Karl. Und wer ist Karl? Karl ist ein Schlüsseldienst-Notdienst-Monteur aus Leidenschaft. Karl gehört zu der Gruppe Ehrliche Monteure. Denn er verlangt tatsächlich nur 50 Euro Endpreis für eine Türöffnung. Hierbei ist die Mehrwertsteuer schon enthalten und auch die kostenfreie Anfahrt. Die 50 Euro gelten bei ihm als Endpreis Tag und Nacht, sogar am Wochenende und auch an Feiertagen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben eine Tür, die Tür fällt zu, bumm. Oder Sie haben die Tür zugezogen und dann fällt es Ihnen ein. Sie haben die Schlüssel vergessen. Oder die Schlüssel liege noch in der Wohnung. Oder aber die Schlüssel stecken von innen. Es spielt keine Rolle. Sie suchen im Internet ein bisschen herum und sind dann ruckzuck auf den Schlüsseldienst-Monteur Karl gekommen. Telefon 0163 666 2 0 1 4 Sie können sich jetzt schon einmal glücklich schätzen, dass Sie Karl angerufen haben. Denn er ist super schnell vor Ort und super schnell öffnet er Ihnen Ihre Türe. Wie man hier auch in dem Video sehen kann, super schnell öffnet Karl Ihre Türe zum 50 Euro Festpreis. Sie müssen nur die Telefonnummer 0163 666 2 0 1 4 anrufen. Ganz wichtig noch ist, wenn Sie Karl angerufen haben und er Ihre Türe geöffnet hat, so erhalten Sie immer eine ordentlich ausgestellte Quittung über den 50 Euro Festpreis. Machen Sie sich also keine Sorgen, was den Preis anbetrifft. Rufen Sie ihn einfach an. Schlüsseldienst Karl 0163 666 2 0 1 4